Fußball-Wetten 10.05.2019 Tagesgewinn Euro 160 Autor D. Seltsamek kennt sie YouTube Heute ist Freitag, der 10. Mai 2019 und die gestrige Prognose hat wieder mal deutlich geklappt und so einen Gewinn geführt, wie Sie in der nachstehenden Aufstellung erkennen können. Es gab eben nicht viel zu prognostizieren, lediglich Regionalfußball in Australien und ebenfalls in Aserbaidschan, aber die Tipps waren eben richtig. Die Gesamtgewinnsumme beläuft sich auf 160 Euro, davon müssen natürlich noch 16 Einsätze abgezogen werden, was aber letztlich immerhin ein Gewinn von 144 Euro netto macht. Australia Bandlike Melbourne Sark 1 3 zu 2 1 Euro 90 1 90 Euro Dandenong Kingston 12 2 zu 0 2 Euro 50 4 Euro 75 Redlands Eastern Bispanne 12 2 zu 3 1 Euro 75 8 Euro 31 Adelaide Com Adelaide City 12 5 zu 0 2 Euro 40 19 Euro 95 Atzerbaidjan Neftitsch Baku Garadak 1 4 zu 1 1 Euro 35 26 Euro 93 Kabak Kapadz 1 5 zu 2 1 Euro 35 36 Euro 36 Saba El Cera 1 3 zu 1 1 Euro 75 63 Euro 63 Azuturan 12 3 zu 4 2 Euro 50 159 Euro 7 16 Reihen 16 Einsätze